Heute stelle ich euch Christiane Lingck vor. Christiane ist eine Journalistin aus Deutschland, die seit vielen Jahren in London lebt. Sie ist einer der Menschen, die vielfliger Meilen sammeln wie andere Centstücke in Spardosen. Wenn man ihr auf Social Media erfolgt, bekommt man einen Einblick, der interessant und leicht verstörend ist in das Leben einer Rollstuhlfahrerin, die ständig auf Axie ist. Was ihr so widerfährt, verpackt sie in kreative, scharfsinnige, humorvolle Texte. Und auch wenn sie keine Freundin von ihnen wäre, müsste ich sagen, reinschauen lohnt sich.